Im Juni 2020 ist Melo Dein 5 rausgekommen und ich finde mit diesem Update haben die Leute von Salimony wirklich alles zerlegt. Viele nützliche und spannende Features wie die Sibilantenerkennung oder das Leveling-Makro sind in Melo Dein 5 neu dazugekommen. Die wichtigsten erkläre ich dir hier in diesem Video und ich gebe dir eine komplette Einführung in Melo Dein 5. Zusätzlich gebe ich dir viele Bonustipps, wie du deinen Workflow massiv verschnellern kannst, damit dir die Arbeit in Melo Dein auch wirklich Spaß macht. Das Video wird also etwas länger, aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Wenn du nicht nur schnell und effektiv in Melo Dein, sondern auch in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. 10 heiße Tipps, wie du schneller und effektiver in Logic arbeiten kannst. Und jetzt geht's los. Um Audiomaterial in Melo Dein bearbeiten zu können, musst du es erstmal in Melo Dein überhaupt reinbekommen, also transferieren. Wie das genau funktioniert und was es mit den sechs verschiedenen Algorithmen auf sich hat, das erkläre ich dir jetzt in diesem ersten Teil. Es gibt zwei Möglichkeiten, Audiomaterial in Melo Dein zu transferieren. Das ist einmal über ARA und einmal ist es manuell. ARA bedeutet Audio Random Access und das erlaubt deiner DAW, mit Melo Dein Informationen über Rhythmus oder Tonhöhe oder andere Elemente auszutauschen. Und das macht das Transferieren und Bearbeiten viel schneller. Es ist allerdings so, dass nicht alle DAWs ARA unterstützen, deswegen zeige ich dir jetzt beide Wege. Ich habe hier diesen Gesangsschnipsel und den möchte ich jetzt in Melo Dein einlesen. Und dazu lade ich Melo Dein ARA in diesem Fall in den Kanalzug. Und es geht jetzt ultra schnell hier. Ich muss einfach auf Play drücken. Zack. Und schon ist diese Gesangsspur hier drin. Und ich kann sie direkt in Melo Dein auch schon abspielen. Wenn deine DAW ARA nicht hat, dieses Audio Random Access, dann musst du es manuell machen. Auch das ist kein großes Problem, es hat aber ein, zwei kleine Nachteile. Der erste ist, es dauert etwas länger. Also wenn deine DAW ARA nicht unterstützt, gehst du einfach so auf Melo Dein. Dann musst du auf Transfer gehen. Das musst du hier aktivieren. Und jetzt musst du diese Spur zunächst mal in Echtzeit aufnehmen. Ich drücke Play. Und du siehst, es hat jetzt schon ein bisschen länger gedauert als beim ersten Beispiel. Das ist jetzt nicht so tragisch bei so einem kurzen Part. Aber wenn du jetzt einen ganzen Gesangspart einspielen willst, geht es natürlich über ARA wesentlich schneller. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wenn ich jetzt diesen Melodieschnipsel oder diese Gitarrenmelodie hier verschiebe im Arrangierfenster von meiner DAW. und die hier auf Takt 11 abspiele, dann siehst du, dass hier nichts passiert in Melodine. Er hat das hier immer noch auf Takt 4. Das heißt, du müsstest es dann nochmal direkt einlesen. Wenn ich jetzt das über ARA eingelesen habe, dann habe ich den Vorteil, dass Melodine das erkennt. Wenn ich jetzt also hier auf Takt 8 gehe mit meinem Schnipsel, dann wechselt er diesen Gesangsschnipsel hier auch auf Takt 8. Deswegen, wenn du auf Melodine großen Wert legst, mit Melodine arbeiten möchtest, dann such dir vielleicht eine DAW raus, die ARA-fähig ist oder es demnächst wird. Das war es zu den Transfermöglichkeiten. Und jetzt kommen wir zu den Algorithmen. Du kannst Melodine sozusagen ein bisschen schon voreinstellen lassen oder vorhersagen, was für Material du gerne einspielen möchtest. Ob das monophones Material ist, also nur Vocals oder polyphones Material, wie zum Beispiel Gitarrenakkorde oder zum Beispiel eine Schlagzeugspur. Es gibt sechs verschiedene Algorithmen und ich gehe jetzt alle nacheinander mit dir durch. Wir fangen hier mal gleich bei melodisch an. Melodisch ist das, was du wahrscheinlich am meisten benutzen wirst. Das ist, wenn du monophones Material, also einstimmiges Material einspielen möchtest, wie eine Gesangsspur oder eine Gitarrenspur, die nur eine Melodie spielt, wie wir das gerade gemacht haben. Der nächste Algorithmus ist mehrstimmig, also polyphones Material. Das sind zum Beispiel Gitarrenakkorde oder Klavierakkorde oder Flächen, Pads und so weiter. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal mehrstimmig gehalten. Das ist gut für Flächensounds zum Beispiel, die immer weiter die Fläche halten oder zum Beispiel eine Orgel, die ihren Sound immer weiter hält oder mehrstimmig abklingend. Das ist besser geeignet für den Piano. Wenn du das anschlägst, dann klingt der Sound langsam ab oder zum Beispiel für einen Gitarrenakkord. Wir hören mal in dieses Beispiel hier rein. Der mehrstimmige Algorithmus fächert also dieses Audiomaterial hier vertikal auf. Du hast nicht nur eine Melodie, sondern den ganzen Akkord hier. Was jetzt cool ist, du kannst natürlich hier direkt eingreifen und kannst zum Beispiel gleich einen Mollakkord draus machen. Oder du kannst relativ zügig auch einfach einen ganz anderen Akkord draus machen. Weiter geht's mit den perkursiven Algorithmen. Hier haben wir einmal Perkursivstandard oder Perkursivtonal. Perkursivstandard ist für alle Drumaufgaben geeignet, wie zum Beispiel einfach Schlagzeug oder Beats und so weiter und Perkursivtonal ist für transientenreiche Schlaginstrumente geeignet, die auch Melodien spielen können, wie zum Beispiel Xylophon oder Marimba und so weiter. Ich habe jetzt hier meine Drums schon eingelesen mit dem Perkursivtonalen Algorithmus und wir hören uns die Sache mal an. Du siehst jetzt hier, anders als bei dem Polyphonalgorithmus oder bei der Melodie, siehst du hier nur einen Streifen. Das ist auf einer Linie. Ich kann aber hier mit etwas geübtem Auge erkennen, wo die Snare Drum ist und zwar hier immer auf den Downbeat und wenn ich jetzt die Command-Taste gedrückt halte, kann ich meine Snare Drum hier einfach schnappen und kann sie verstimmen. Ich kann sie zum Beispiel hier nach unten ziehen und so weiter. Ich ziehe sie mal wieder zurück. Du kannst hier oben übrigens noch einstellen bei Optionen und Tonhöhenraster die Raster, also entweder ein chromatisches Raster oder zum Beispiel kein Raster. Jetzt kann ich sie ohne chromatisch einzurasten nach oben und nach unten verschieben, wie ich möchte. Ich ziehe sie aber zunächst mal wieder runter in die Originalposition. Zu guter Letzt kommen wir noch zum universellen Algorithmus. Der ist so ähnlich wie der Perkursive. Du hast hier auch alles auf eine Zeile aufgefächert und kannst die hier auch verschieben. Ich benutze den persönlich nie, aber ich komme bestimmt noch an eine Situation, wo mir dieser universelle Algorithmus auch irgendwie was bringt oder nützlich sein kann. Nachdem du jetzt weißt, wie du dein Audiomaterial in Melodyne reinbekommst und welcher Algorithmus für welchen Zweck der beste ist, steigen wir jetzt etwas tiefer in die Materie ein. Als nächstes zeige ich dir die drei unterschiedlichen Makros in Melodyne. Makros kannst du dir so vorstellen, wie unterschiedliche Arbeitsansichten für unterschiedliche Zwecke, wie zum Beispiel Flex Time oder Flex Pitch in Logic, also wenn du Noten quantisieren möchtest oder wenn du Tonhöhenkorrekturen machen möchtest. In Melodyne gibt es insgesamt drei unterschiedliche Makros. Wir fangen an mit dem Makro für die Timing-Quantisierung. Das ist ein sehr, sehr langes Wort und eine sehr lange Beschreibung einfach für Quantisierung, sowas wie in Logic Flex Time oder in anderen DRW irgendwas vergleichbares. Wir hören mal in die Gitarrenaufnahme hier rein. Oh weia, du hörst, wir haben zwei Probleme. Zum einen wackelt die Gitarre im Timing ziemlich und zum anderen siehst du hier sehr, sehr leise Noten und sehr, sehr laute Noten. Aber mit Logic sollte das kein Problem sein. Zunächst mal mache ich jetzt hier das Fenster auf und ich kann jetzt hier eine Groove-Referenz raussuchen. Das ist nichts anderes wie das Groove-Raster beziehungsweise das Timing-Raster. Ich weiß, dass das hier Achtel sind, deswegen wähle ich das hier aus. Ich markiere zunächst mal alles und dann kann ich die Intensität hochziehen und dann wirst du sehen, wie die einzelnen schiefen oder falschen Blobs hier an die richtige Stelle im Raster rutschen. Wenn wir jetzt mal rein... Das hört sich jetzt schon wesentlich besser an und wesentlich besser im Timing. Diese eine Note hier, die hat er nicht richtig erkannt, aber die kann man ganz einfach manuell verschieben. Das zeige ich dir nachher, wenn ich dir die Bearbeitungswerkzeuge zeige. Jetzt kommen wir aber zunächst mal zu einer Neuheit in Melodyne 5 und das ist das Makro für das Angleichen der Notenlautstärken. Schon wieder so ein endloses Wort. Ich habe vorhin gesagt, dass wir hier sehr starke Lautstärkenunterschiede haben. Das kann jetzt manchmal gewollt sein, in diesem Fall aber eher nicht. Wir haben sehr, sehr, sehr leise Noten und sehr, sehr, sehr laute Noten, aber eigentlich ist das ja eine Melodie und so krass soll das dann doch nicht sein. Ich mache hier über Command A einfach wieder alle und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, leise Noten zu verstärken und laute Noten abzuschwächen und damit können wir die Performance gleicher machen. Das ist jetzt so ein Effekt, ich würde es mal beschreiben, so ähnlich wie so ein transparenter Kompressoreffekt. Das heißt, ich versuche, die Notenlautstärke auf ein Level zu bringen. Ich mache jetzt also erstmal die leisen Noten lauter. Gehen wir mal 50-50 und die lauten leiser. Ich arbeite jetzt hier ein bisschen mit den Augen und jetzt schauen wir mal, ob sich die Performance jetzt gleichmäßiger anhört. Also wesentlich besser und wesentlich gleichmäßiger jetzt schon hier durch diese Bearbeitung. Wir haben keine Ausreißer mehr von der Lautstärke her von einzelnen Noten. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet für Gesangsaufnahmen, um die so ein bisschen auszuleveln bei einem sehr dynamischen Sänger zum Beispiel. Ich würde dir aber auf jeden Fall raten, diesen Bearbeitungsschritt unbedingt vor dem Mixing zu machen. Ganz zum Schluss noch ein kleiner Bonus-Tipp. Du kannst mit Melodyne in Rekordzeit eine Audio-Spur in eine MIDI-Spur umwandeln. Nehmen wir gerade mal hier diese Gitarren-Melodie. Du gehst dazu einfach in Einstellungen und als MIDI sichern. Was dann passiert ist, dass sich hier ein Fenster öffnet und du kannst es einfach bouncen. Ich mache das jetzt mal auf meinen Schreibtisch. Dann schließe ich wieder und jetzt werde ich diese MIDI-Datei hier auf meinem Schreibtisch irgendwo finden. Da liegt sie schon, Beispiel MIDI. Und ich kann die hier wieder ganz normal reinziehen und habe jetzt hier eine MIDI-Spur aus meiner Gitarrenspur gemacht, die ich über jedes beliebige Software-Instrument abspielen kann. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Kapitel in diesem Video und das sind die Bearbeitungswerkzeuge. In Melodyne 5 gibt es, genau wie bei den Algorithmen, sechs unterschiedliche Bearbeitungswerkzeuge und das Coole ist, dass jedes dieser Werkzeuge noch ein oder zwei Sekundärfunktionen hat. Damit kannst du sehr, sehr schnell und sehr, sehr effektiv in Melodyne navigieren und arbeiten. Wir fangen an mit dem Hauptwerkzeug. Das siehst du hier oben. Das ist wie die Maus hier, sozusagen direkt identisch. Und das Coole, wie schon erwähnt, ist, dass jedes dieser Werkzeuge hier Zweitwerkzeuge hat oder Zweitanwendungen, auf die du sehr schnell zugreifen kannst, wenn du hier auf die Taste drückst. Aber es gibt sogar noch einen schnelleren Weg, den ich dir gleich zeigen werde. Wir hören mal kurz in das Beispiel herein. Was du hier siehst, ist die Vocal Performance. Okay, was können wir jetzt mit unserem Hauptwerkzeug alles machen? Zunächst mal kannst du mit dem Hauptwerkzeug einfach die Note anfassen und nach oben oder nach unten verschieben. Das ist klar. Im Moment habe ich jetzt hier oben bei Optionen eingestellt, beim Tonhöhenraster, dass ich chromatisches Raster möchte. Also, dass es chromatisch nach oben und nach unten geht. Wenn du das nicht möchtest, hältst du einfach die All-Taste gedrückt und dann kannst du ohne chromatisches Raster überall hier in diesem Grid rumfahren. Auch nicht schlecht, oder? Das gleiche kannst du natürlich machen mit der Notenlänge. Und wenn ich jetzt hier Noten verschieben möchte, in der Notenlänge bearbeiten möchte oder nach vorn verschieben möchte, kann ich das auch machen. Was du hier jetzt siehst, ist, dass die Noten auch auf einen Achtelwert einrasten. Das ist das gleiche über der Tonhöhe. Gibt es hier auch einen Zeitraster und du siehst hier Raster aktiv. Wenn ich Raster aktiv jetzt ausschalte, dann kann ich auch hier die Note so mir zurechtziehen, wie ich gerne möchte. Und die korrespondierende Note hinten vorne springt dann nach. Wenn du eine Note doppelt klickst, springt sie automatisch auf den richtigen Ton, der festgelegten Tonleiter, beziehungsweise auf den nähesten Pitch hier. Fährst du mit dem Hauptwerkzeug hier über eine Note nach oben oder am oberen Rand entlang, dann siehst du hier diese kleine Pfeile, der nach links und nach rechts zeigt. Wenn du jetzt doppelt klickst, kannst du diese Note teilen. Das ist ganz gut, wenn Melody eine Note falsch untersucht, dann kannst du hier, und es sind eigentlich zwei Noten, dann kannst du hier diese Note trennen und aus einer Note mach zwei und die kannst du dann auch getrennt bearbeiten und verschieben. Kleiner Bonustipp hier nebenbei, wenn du dich Note für Note vorwärts bewegen möchtest, machst du das ganz einfach über die Pfeiltasten der Tastatur und kannst auch noch die Performance anhören. So kannst du dich relativ genau hier im Grid bewegen und auf die Note zusteuern oder die Noten kontrollieren, die du möchtest. Wenn du das Hauptwerkzeug gedrückt hältst oder diese Taste hier, dann kannst du die Zweitwerkzeuge auswählen. Das ist einmal das Scroll-Werkzeug und einmal das Zoom-Werkzeug, die sehr wichtig und sehr effektiv sind für die Arbeit, wenn du gerade mit Vocals arbeitest, zum Beispiel das Scroll-Werkzeug ist so eine Hand hier und jetzt kann ich hier durchscrollen, durch mein Projekt auch nach oben und nach unten. Das ist wie gesagt sehr geschickt, wenn du so eine Vocal-Performance bearbeiten möchtest. Ich mach's meistens so, dass ich phrasenweise arbeite, das heißt, ich geh jetzt hier Passage für Passage durch, zieh dann weiter, bearbeite die, zieh dann weiter und so fort. Jetzt kann ich wieder hier hochklicken und kann mit dem Zoom-Werkzeug jetzt hier mich noch näher reinzoomen. Also wenn ich nach links und nach rechts ziehe, kann ich horizontal rein und rauszoomen oder eben vertikal nach oben und nach unten. Das ist auch nicht schlecht und so kannst du ganz gut arbeiten. Wenn ich jetzt wieder umschalte, kann ich mich hier weiter vorarbeiten. Und jetzt zeige ich dir einen richtig, richtig coolen Bonus-Tipp, weil das mit dem ständig hier oben hinklicken, das ist ja zäh, obwohl diese drei Werkzeuge wirklich geschickt und wichtig sind, um sich hier vorzuarbeiten. Aber es gibt eine sehr gute Alternative und das sind die Shortcuts. Ich geh nochmal hier ganz nach vorne und es wäre jetzt natürlich cool, wenn wir uns hier schneller oder schneller zwischen diesen einzelnen Werkzeugen hin und her schalten könnten und das geht und zwar über besagte Shortcuts. Dazu gehst du hier zu Voreinstellungen, dann auf Allgemein und dann gehen wir hier auf Tastaturbefehle. Und jetzt können wir hier Werkzeuge für das Bearbeiten auswählen und jetzt siehst du, dass ich mir hier für das Hauptwerkzeug, für das Scrollwerkzeug und das Zoom-Werkzeug, also die, die ich dir gerade gezeigt habe, Tastaturkurzbefehle angelegt habe. Du klickst einfach an, tippst dann hier deine Taste ein oder löscht sie hier und dann ist das angelegt. Das heißt, ich habe hier für das Hauptwerkzeug Y, Scrollwerkzeug X und Zoom-Werkzeug C. Das habe ich deswegen gemacht, weil die in der vorletzten Tastaturreihe ganz unten nebeneinander liegen und jetzt schau mal, jetzt kann ich hier oben automatisch mit diesen Tastaturkurzbefehlen hin und her schalten. Das heißt, ich kann also wahnsinnig schnell jetzt hier Noten verschieben, dann hier oben umschalten, jetzt scrollen, wenn ich möchte reinzoomen, dann wieder umschalten, wieder verziehen, dann hier wieder ins Hauptwerkzeug, scrollen und wieder rauszoomen über X, über 10 in meinem Fall und so weiter. Also das ist natürlich super, super cool. Das ist also wirklich ein ganz heißer Tipp, dass du hier oben hin und her schalten kannst zwischen den einzelnen Zoom-Werkzeugen. Leg dir da unbedingt Tastaturkurzbefehle an, macht einen riesigen Unterschied und ist ein wahnsinniger Workflow-Boost. Übrigens, ganz normal ein- und auszoomen kannst du mit Command-Plus oder Minus. Du kannst dir auch Tastaturkurzbefehle für das horizontale und vertikale Einzoomen anlegen. Ich habe mir hier I und O angelegt, weil ich arbeite ganz gern mit der Tastatur. Dann kann ich hier über die Tastaturkurzbefehle aus- und einzoomen, was ich auch persönlich besser finde, als da mit diesem komischen, mit dieser komischen Lupe hier rumzuarbeiten. Weiter geht's mit dem Tonhöhen-Werkzeug. Auch das hat zwei Sekundärfunktionen, das Tonhöhen-Modulationswerkzeug und das Tonhöhen-Driftwerkzeug. Was für unglaublich lange Wörter, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Wir starten mit dem ersten hier, mit dem Hauptwerkzeug in der Tonhöhe. Das ist das Tonhöhen-Werkzeug. Und das kann im Prinzip genau das gleiche wie das Hauptwerkzeug auch. Du kannst Noten hier nach oben und nach unten verschieben, aber das Tonhöhen-Werkzeug hat eine Zusatzfunktion und du siehst schon hier diese gelben, ja, diese gelben Linien hier mit dem Tonhöhen-Werkzeug kannst du die Übergänge zwischen einzelnen Noten langsamer oder schneller gestalten. Das heißt, du kannst direkten Einfluss nehmen darauf, wie die Sängerin oder der Sänger die Töne sozusagen ansingt. Hören wir uns das mal an. Sie singt jetzt hier sehr schnell, von daher wird man nicht so arg viel hören. Okay, jetzt versuche ich mal den Übergang hier, also wie gesagt, Ende der Note versuche ich mal ein bisschen langsamer anzusingen. Ja, da singt sie jetzt zu schnell dafür mit diesem Beispiel, aber bei einer langsamen Ballade oder so kannst du hier, hopps, bei einer langsamen Ballade hier kannst du diese Noten wirklich langsamer ansingen lassen nach oben oder nach unten. Dann kommen wir zum zweiten Tool, das ist das Tonhöhen-Modulations-Werkzeug und das ist sehr interessant, besonders für die moderne Musikproduktion, das wirst du da sehr, sehr oft gehört haben. Und zwar siehst du das Vibrato hier dargestellt als diese Linien von der Note und das kann ich mit dem Tonhöhen-Modulations-Werkzeug hier jetzt praktisch flach ziehen und damit kann ich so eine Stimme mehr oder weniger tot machen. Das ist sehr interessant für die moderne Musikproduktion und hast du bestimmt auch schon mal gehört und das machen wir jetzt mal. Ich entziehe jetzt praktisch der kompletten Performance, ich mag hier mal alle, ich entziehe der kompletten Performance jetzt das Vibrato und mache die Stimme sozusagen tot und dann hören wir uns jetzt mal an, wie das klingt. Also diesen Effekt kennst du bestimmt, das erreichst du, wenn du das Vibrato der Note mit diesem Tonhöhen-Modulations-Werkzeug entziehst. Wenn man jetzt ein bisschen schneller, wenn sie ein bisschen schneller singen würde, ein bisschen kürzere Notenwerte hätte, dann wäre das noch viel eindrücklicher, dieser Effekt. Mit dem dritten Sekundärwerkzeug hier kannst du dieses besagte Vibrato ein bisschen mehr in die Mitte bringen. Wenn sie sehr arg schwankt, ich suche mal eine Note, wo es arg nach oben nach unten geht, zum Beispiel hier. Wenn ich jetzt hier ziehe in der Mitte, kann ich das Vibrato mehr in die Mitte bringen. Damit kann ich erreichen, dass die einzelnen Töne bei so einer Performance nicht zu sehr eiern. Das nächste Werkzeug, um das es geht, ist das Formantwerkzeug. Das ist dieses hier. Und wenn ich das anklick, siehst du, dass sich hier schon wieder die Ansicht verändert und dass wir hier so einzelne Balken sehen. Was sind Formanten? Formanten sind Obertöne und Harmonien, die unsere Stimme tatsächlich so klingen lassen wie eine menschliche Stimme. Ein Formant-Shift bedeutet, wenn du diese wichtigen Harmonien und Obertöne nach oben und nach unten verziehst, während du die fundamentale Frequenz beibehältst. Und dadurch lassen sich recht krasse Effekte erzielen. Deswegen ist dieses Formant-Tool auch für Special-Effekt sehr gut geeignet. Ich mach das jetzt hier mal. Zunächst mal können wir jetzt hier eine weibliche Stimme zum Beispiel männlicher klingen lassen, wenn wir die Formanten nach unten ziehen. Mach ich jetzt mal hier. Und wir hören uns das mal an. Okay, bekommt die Sängerin auf einmal einen männlichen Touch. Wir können das natürlich auch andersrum machen und dann hört sich das so an. Das erinnert so ein bisschen an Entenhausen, ja. Du musst das Formant-Tool aber nicht unbedingt für so krasse Effekte einsetzen. Es eignet sich auch dafür, wenn du zum Beispiel eine Stimme hast wie diese hier, die jetzt sehr starke Obertöne hat, die einfach ein bisschen genehmer zu machen. Hören wir mal hier in das Ende rein. Also sie hat schon eine sehr, sehr präsente Stimme und wenn dir das jetzt zu viel ist, kannst du einfach die Formanten so ein kleines bisschen nach unten ziehen und dann hört sich ihre Stimme in manchen Fällen ein bisschen genehmer an. Kommen wir zum Amplituden-Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kannst du laute Noten leiser machen und leise Noten lauter machen. Das eignet sich gut, wenn du eine Gesangs-Performance hast, die sehr, sehr dynamisch ist. Das heißt, wenn sie leise Töne singt und darauf sehr oft laute Töne folgen, wenn sie sich unsicher ist oder wenn es ein bisschen zu krass ist insgesamt. Das ist hier jetzt nicht der Fall, aber ich führe es dir einfach trotzdem mal vor. Ich markiere diese beiden Noten und jetzt siehst du, dass er versucht, diese Noten einfach anzupassen. Das heißt, die leisere Note lauter zu machen und die lautere Note leiser zu machen. Ein Sekundär-Werkzeug zum Amplitudentool ist das Fade-Werkzeug und genau das macht es auch. Hier kannst du Noten sozusagen einfaden oder Crescendos machen. Ich habe es hier schon angeklickt und ziehe jetzt hier mal drüber und jetzt sollte sie hier ein Crescendo singen. Okay, für was soll das jetzt nützlich sein? Das kann ganz gut sein, zum Beispiel, um laute Konsonanten leiser zu machen. Das hörst du hier am Anfang, dann haben wir, glaube ich, gleich drei. Also pain und do you think das ist relativ laut und die können wir jetzt versuchen, ein bisschen mehr einzufäden. Also dieses do you mache ich mal einfach ein bisschen leiser. Auch die hier. Und bei pain war es, glaube ich, auch so. Dann versuchen wir die mal ein bisschen abzusenken, einfach die Konsonanten hier. Ja, war zu heftig, ich jetzt. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück und dann soll das so passen. Okay, hier bei den beiden war es schon ganz gut und das funktioniert wirklich richtig gut. Habe ich selber auch schon mal bei der Produktion gemacht, denn eine Sängerin oder ein Sänger sehr starke Explosivlaute hatte, also wenn der sehr laut ist oder auch wenn du ein Kompressorfeuer einsetzt und der das ein bisschen arg durchbringt, dann kannst du das damit hier für einzelne Konsonanten oder für einzelne Wörter sehr gut einsetzen, um einfach die ein bisschen abzusenken. Und damit kommen wir hier zum letzten und das ist auch eine Neuerung hier, dieses letzte Sekundärwerkzeug, das Sibilanten Balance Werkzeug, das auch sehr gut ist und auch das ist neu in Melodine 5. Du hörst, dass sie nicht nur laute Konsonanten hat, sondern dass sie auch sehr laute Sibilanten hat, also S- und Zischlaute. Wenn wir hier nochmal den Anfang reinhören. Also hier haben wir ganz krasse S-Laute und wenn ich jetzt dieses Werkzeug hier einsetze, ich habe es also ausgewählt hier, das Sibilanten Balance Werkzeug, muss ich einfach nur alles markieren und kann es jetzt runterziehen. Und diese S-Laute, die siehst du hier, das sind diese sehr schnell gestrichelten Teile, die hat er schon ausgemacht und wenn ich die jetzt runterziehe, siehst du, dass ich die Sibilanten leiser mache, während die Hauptnote sozusagen laut bleibt. Jetzt probieren wir mal, ob die S-Laute nicht mehr ganz so präsent sind. War ein bisschen zu heftig vielleicht, wieder hoch. Also das ist der blanke Wahnsinn und das kannst du natürlich jetzt hier direkt für einen ganzen Song machen. Und dieses Sibilanten-Werkzeug funktioniert wirklich sehr gut und es erkennt die Sibilanten einfach besser und zuverlässiger als so mancher Deesser, der ja nur über so einen sozusagen über so einen High-Frequency-Kompressor S-Laute komprimiert und damit oftmals auch die ganze Performance dunkler macht. Als nächstes kommt das Timing-Werkzeug und das macht genau das, was es auch sagt, du kannst Noten ins Timing ziehen. Wir hören mal kurz in dieses Gitarren-Solo rein. Und da hörst du schon, dass er hier hinten ganz schön schwankt und das sehen wir auch, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen. Ich habe hier schon, weil ich weiß, dass das Triolen sind, das eingerichtet. Da siehst du, dass er hier über dem Grid ist und dass das ein bisschen arg ist, als es hier irgendwie als freie Interpretation irgendwie durchgehen zu lassen. Ganz kurz nochmal, Optionen, dann gehst du hier in Zeitraster und ich habe jetzt ein Achtel-Triole gewählt. Ja, weil ich, weil dieses, weil darum geht es, das sind Achtel-Triolen, die habe ich hier schon ausgewählt. Wenn du etwas anderes bearbeiten möchtest und einen anderen Notenwert, musst du das hier auswählen. Ich sehe jetzt also hier, dass er hier drüber ist und dass es nicht so ganz passt und deswegen gehe ich jetzt hier in mein Timing-Werkzeug rein und jetzt kann ich die Noten hier auf den Grid ziehen. Ich sehe, wo ist er drüber? Hier ist er sehr stark drüber. Ja, und dann siehst du schon, dass ich die eine jetzt ein bisschen kürzer ziehe, die andere länger. Hier ist er auch ein bisschen weiter vorne und da gehen wir mit der vielleicht auch noch ein Stückchen zurück. Hier vielleicht auch noch ein kleines Stück zurück. Und jetzt sollte sich der Lauf hier schon sauberer anhören. Das erste Sekundärwerkzeug vom Timing-Werkzeug ist das Time-Handle-Werkzeug und damit kannst du die Mitte von Noten beeinflussen. Ich zeige dir das gleich mal. Wir hören mal in dieses Gitarren-Solo rein. Was du jetzt machen kannst, ist wie gesagt, die Mitte dieser Note beeinflussen. Und ich kann jetzt hier, wenn ich dieses Timing-Handle-Werkzeug nehme, hier zum Beispiel einen Note setzen und dann siehst du hier, kann ich diese Bendings von der Gitarre verziehen. Ich habe hier zum Beispiel schon mal einen eingesetzt. Wir hören uns das noch mal an. Ich kann jetzt hier zum Beispiel das Bending hier verziehen, dass es sich anders anhört. Ja, oder in die andere Richtung verziehen. Mit dem zweiten Sekundärwerkzeug, mit dem Attack-Speed-Werkzeug kannst du im Prinzip das gleiche machen, nur dass es sich hier um den Notenanfang handelt. Das heißt, du kannst also Bendings, die sich am Notenanfang befinden, kannst du verziehen und schneller oder langsamer machen. Somit kannst du also hemmungslos in irgendwelchen Gitarren-Soli hin und her vorwerken. Allerdings wird das den meisten Gitarristen eher ein Dorn im Auge sein. Also sei bitte vorsichtig damit. Du siehst also, die Bearbeitungswerkzeuge bieten dir wahnsinnig viele Möglichkeiten. Eine weitere große Stärke von Melodyne ist es, dass du dir künstliche Backing-Vocals anlegen kannst oder selber generieren kannst, selbst wenn du nur eine einzelne eingesungene Stimme hast. Und besonders gut geht das in der Spuransicht. Die Spurliste öffnest du über diesen Button hier und jetzt siehst du alle Spuren, die du mit Melodyne bearbeitet hast oder die aktiv mit Melodyne sind. Du kannst hier auswählen, welche Spur du anschauen möchtest. Du siehst jetzt hier nichts, weil diese Spuren sind im Editierbereich woanders jetzt, irgendwo weiter hinten, zum Beispiel hier. Das heißt, du kannst sie auch sehr, sehr schnell umschalten und kannst es auch direkt abspielen dann. Aber ich möchte jetzt hier diese Spur zunächst mal bearbeiten und das sind meine Vocals hier ganz am Anfang. Was du noch machen kannst, das hängt hier mit zusammen, das ist entweder der Clip-Modus oder der Spur-Modus. Im Clip-Modus siehst du tatsächlich nur die Spur, die du bearbeitest und im Track-Modus oder Spur-Modus siehst du alle Spuren und kannst zwischen denen hin und her schalten. Du kannst hier diese, neben diesen aktiven Spuren, kannst du Spuren auch noch inaktiv schalten. Das heißt, du siehst, die werden jetzt ausgegraut und ich kann jetzt hier damit auch nichts mehr machen und das ist sehr gut für Referenz-Tracks und zwar, wenn wir Backing-Vocals machen wollen, künstliche Backing-Vocals mit Melodyne. Ich schalte diese Spur jetzt zunächst nochmal aktiv und was ich als erstes mache, ist, dass ich diese Spur hier, für die ich jetzt eine künstliche Zweitspur oder Zweitsstimme anlegen möchte, indem ich die dupliziere. Ich lege also hier nochmal eine Vocal-Spur an, die nennen wir hier gleich Backing-Vocals und dann ziehe ich einfach diese Spur hier rein. Ich möchte jetzt in diesem Fall wirklich nur den Anfang oder die Anfangsmelodie hier von dieser Stimme hier mit einer Zweitstimme versehen, also das hier. Okay, hierfür möchte ich jetzt eine Zweitstimme finden und jetzt muss ich Melodyne dann einfach nochmal neu laden, weil jetzt hat er mir es ja hier gleich runtergezogen, was, wie du inzwischen weißt, sehr schnell geht. Das heißt, wir ziehen es einfach nochmal kurz rein. Und da hat er es schon. Was ich jetzt hier sehen kann, weil ich im Track-Modus bin, ist ich die Vocals 1 und meine Backing-Vocals. Und wenn ich jetzt hier auf Vocals 1 gehe, die sehe ich dann hier auch gleich aktiv angezeigt und diese Spur inaktiv schalte und jetzt meine Backing-Vocals aktiv schalte, dann siehst du, dass wir hier den inaktiven Bereich sehen das ist die Hauptspur und meine Spur die Backing-Vocals. Wenn ich die jetzt hier nach oben ziehen würde, würdest du drunter die Hauptstimme sehen. Und das ist jetzt sehr, sehr gut als Referenz-Track, um künstliche Zweitstimmen hier zu generieren, weil ich sehe dann immer genau, auf welcher Note ist denn meine Hauptstimme und wie kann ich hier die Zweitstimme drüber ziehen. Ich gehe also wieder runter, jetzt liegen beide Stimmen genau übereinander, das würde so keinen Sinn machen. und jetzt versuche ich hier eine Zweitstimme drüber zu bauen, indem ich einfach, mir das jetzt einfach mache und die Terz hier drüber ziehe. Also wir sind ein C-Moll, das stimmt, also ich ziehe hier die Terz drüber, das wäre die E-B und jetzt siehst du hier schon die Hauptstimme inaktiv als Orientierung für mich und hier sehe ich meine Stimme, meine aktive Zweitstimme, die ich jetzt bearbeite. Ich mache mal kurz hier weiter. Schauen wir mal, ob ich alles richtig gemacht habe jetzt? Das klingt doch gar nicht schlecht, noch ein bisschen Feinarbeit und dann passt das hier. So kannst du schnell und easy Zweitstimmen generieren, indem du dir die erste Spur inaktiv schaltest und als Referenz nimmst. Bis jetzt haben wir in diesem Video hauptsächlich Audio-Material in der Tonhöhe oder im Timing korrigiert. Melodyin 5 eignet sich aber auch hervorragend für Sounddesign-Aufgaben. Mit dem internen Sounddesigner kannst du nämlich hervorragend Synthesizer-Sounds wie zum Beispiel Flächenpads bearbeiten und manipulieren. Zum Soundeditor kommst du über diesen Button hier. Da steht es auch schon Soundeditor und ich öffne einfach mal das Fenster und dann hören wir uns hier dieses Flächenpad an, das ich eingespielt habe. Du hast hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich möchte mich für dieses Tutorial auf den EQ, den Synthesizer und die Schieberegle hier konzentrieren. Zunächst mal nehmen wir diese beiden Regler hier. Mit denen kannst du relativ schnell den Sound formen. Ich spiele da mal dran rum und dann erkläre ich dir, um was es geht hier. Mit Emphasis kannst du also Obertöne hinzufügen und es klingt ein bisschen mehr unruhig, ein bisschen greller, ein bisschen bunter wollte ich schon fast sagen und hier klingt es ein bisschen dumpfer und ein bisschen mehr wie so eine Unterwasser-Performance. Was genau hier unter der Oberfläche passiert, weiß ich nicht. Es ist zumindest mal sehr interessant, sehr einfach aufgebaut und so kannst du ganz gut mit Audiomaterial hier drin schon arbeiten. Dann gehen wir hier mal weiter zu diesem Dynamics-Schieberegler. Das ist so eine Art Kompressor. Wenn du ihn nach rechts bewegst, dann werden die leiseren Parts noch leiser. Das heißt, du hast mehr Transienten und weniger Body und wenn du ihn nach links bewegst, dann werden die leisen Parts lauter. So was ähnliches wie ein pumpender Kompressor würde ich sagen. Jetzt schauen wir uns hier diese EQ-Bearbeitungen an. Du siehst hier diese EQ-Kurve und das sieht auch schon aus wie ein richtiger EQ. Allerdings hast du hier ein paar Sondermöglichkeiten. Du siehst, ich habe hier eingestellt C-Dur. Das ist die Tonart, in der ich das hier eingespielt habe, die Performance. Und das Coole hier dran ist, ist, dass du jetzt hier einzelne Noten sogar bearbeiten kannst mit diesem EQ. Das heißt, ich könnte jetzt das zweigestrichene E zum Beispiel runterziehen oder das dreigestrichene und so weiter. Ich kann mir also hier einzelne Noten rauspicken und die runterziehen. Das wäre zum Beispiel auch ganz gut für einen Kerbfilter, wenn dich irgendeine Frequenz im Mix extrem stört, um die zum Beispiel rauszufinden. Du kannst aber damit auch arbeiten wie mit einem richtigen EQ, indem du einfach mehrere Events anklickst und die dann runterziehst. Dann hast du hier sowas wie so ein Bell-Filter. Also es ist schon ein richtiger EQ, der auch richtig funktioniert. Sehr interessant sind auch diese vier Schieberegler hier unten. Ich weiß jetzt hier nicht ganz genau, was unter der Oberfläche passiert, aber du kannst sehr, sehr schnell und sehr, sehr kreativ deinen Sound verformen. Probieren wir das auch mal. Schieberegler. Schieberegler. Untertitelung. BR 2018 Die beiden hier haben was mit der Tonart zu tun. Damit kannst du verschiedene Töne runterdrücken, die entweder zur Tonart gehören oder nicht zur Tonart gehören. Dann gibt es hier noch eine Synth-Sektion, die auch sehr interessant ist. Du hast einmal Spectrum, Formant und Amplitude. So ähnlich wie bei einem Synthesizer kannst du hier den Sound zusätzlich noch verformen. Und du kannst dir auch, wenn du die Command-Taste gedrückt hältst und hier drauf klickst, verschiedene Werte anzeigen lassen. Also in meinem Fall jetzt der Equalizer und diese verschiedenen Filter, mit denen ich hier zusätzlich am Sound manipulieren kann. Das probiere ich jetzt nochmal. Du siehst, mit Melodyne 5 hast du schier endlose Möglichkeiten. Dein Audio-Material zu manipulieren. Mich würde jetzt deine Meinung interessieren, welches Feature hat dich am meisten beeindruckt oder wenn du Melodyne 5 schon benutzt, welches benutzt du am meisten? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Wie findest du Melodyne 5 oder welches Feature findest du am besten? Ich hoffe, ich habe dich jetzt mit diesem sehr, sehr langen Video nicht so sehr überfordert und dir ist es nicht langweilig geworden und du hast sehr, sehr viel mitnehmen können. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!